Pop 10. Jede Woche neue Musik und das live. Auch diesen Dienstag. Wir bringen die Band Dirty Little Secrets nach Magdeburg. Sie spielen für euch im Altstadt-Krankenhaus. Ab 18 Uhr am Dienstag geht es los. Für 6 Euro seid ihr dabei und es lohnt sich, denn die können so richtig los rocken. Um 18 Uhr am Dienstag. Und was gibt es sonst bei Pop 10 diese Woche? Wir feiern das neue Pop 10 Studio und auch unsere neue Homepage. Pop10.de ist da und damit einher geht etwas ganz, ganz Besonderes auf Sendungen. Lasst euch überraschen. Am Dienstag um 18 Uhr geht es los. Wie immer auf Pop 10. Am Dienstag um 18 Uhr geht es los. Wie immer auf Pop 10 Uhr geht es los. Wie immer auf Pop 10 Uhr geht es los. Wie immer auf Pop 10 Uhr geht es los.